Lukas Nottbeck, Mittelfeldspieler beim FC Viktoria Köln. Vorfurt ist natürlich riesig. Ich freue mich immer wieder im Südstadion zu spielen. Ich hatte zwei super Jahre da, bin jetzt aber schon mittlerweile zwei Jahre auch weg. Die ganzen Derbys waren immer ziemlich enge Spiele. Man muss sich nur an das Hinspiel letztes Jahr erinnern, wo wir 2-0 geführt haben und noch 4-2 verloren haben. Daran sieht man einfach, was in diesen Spielen immer möglich ist. Für den Verein ist es sehr wichtig, allein schon um zu zeigen, dass wir vielleicht besser sind als die Vertrauen, auch wenn sie in der Liga höher als wir spielen. Aber klar, wenn wir da hinfahren, wollen wir auch da gewinnen, um eine Runde weiter zu kommen. Dieses Jahr sind vier Top-Mannschaften noch dabei und dieses Jahr wird es auf jeden Fall kein Selbstläufer werden. Was heißt giftige Atmosphäre? Man flackst mal mit den anderen oder gibt immer einen doofen Spruch oder so, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt gegenseitig anfeindet. Wir verstehen uns alle untereinander relativ gut, aber wenn es dann zum Spiel hin geht, dann ist es schon so, dass jeder natürlich auch für den Verein alles gibt und versucht, das Spiel zu gewinnen. Und dann werden auch irgendwie Freundschaften oder kurze Seite gestellt, weil es einfach in dem Spiel um viel wichtigere Sachen geht. Wir, denke ich mal, haben schon relativ Selbstvertrauen getankt. Wir haben seit acht Spielen nicht mehr verloren. Im neuen Jahr haben wir erst zwei Gegentore bekommen und ich denke mal, das ist auch ein Zeichen unserer Qualität. Wir lassen nicht viel zu und das werden wir am Dienstag auch versuchen, in die Waagschale zu legen. Klar habe ich ihn jetzt zweimal gewonnen. Ich würde ihn auch gerne das dritte Mal gewinnen, weil es ist einfach was Schönes. Man hat die Möglichkeit, sich danach deutschlandweit zu präsentieren und ich glaube, das ist für jeden Fußballer das Beste, was passieren kann. Ich finde, so ein Pokalfinale mit dem ganzen Drumherdrum in Bonn ist immer was Besonderes. Damals war es halt einfach schon so, dass Aachen in der dritten Liga gespielt hat. Wir hatten eigentlich auch nichts zu verlieren. Der Spielverlauf war natürlich zu unseren Gunsten. Wir haben früher das 1-0 gemacht. Lottmann, Kraus, Kraus und der Ball im Tor! Dann haben wir in der Drangphase das 1-1 bekommen. Dann macht der Finca mit einem abgefälschten Schuss das 2-1. Schöne Emotionen, die da hochkommen, weil, wie gesagt, das war schon was Besonderes, weil da nicht viele mit geregnet haben, dass wir das Spiel gewinnen. Es wird kein einfaches Spiel. Das ist, ich denke mal, ein 60-40-Spiel, weil die Fortuna schon fasziniert ist. Aber wir werden alles versuchen, das Ding zu gewinnen. das Ding zu gewinnen. Da, ich bin nervös, weil, dass ich schon mal vor decolle. Ich bin conceal, wie offenabilly zukommen. Ich bin tries kornj connectors aus. Da, ich bin, ich bin. iegen wendet für mich. Ich bin. Ich bin. I bin. Jetzt, leuven. ich binTHE-